Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Mein Name ist Christian, ich bin der Trainer und bei mir dreht sich seit über 20 Jahren alles ums Fotografieren. Gestern ist die Version 2024 von Photoshop offiziell veröffentlicht worden. Generative Füllung und Co. sind jetzt aus der Beta-Phase draußen und in die offizielle Version von Photoshop übernommen worden. Was das für euch heißt, was sich geändert hat, vor allen Dingen aber was alles neu in Photoshop 2024 ist, das erfährst du in diesem Video. In Kürze geht's los, wie immer, gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Anfangen wollen wir damit, wo du dein Update finden kannst. Ich habe hier die Creative Cloud App geöffnet und wenn du hier unter Applikationen schaust, dann gibt es hier den Punkt Updates und dort solltest du, bei mir steht es bereits unter kürzlich aktualisiert, weil ich es ja schon installiert habe, hier das Update auf die Version 25.0 finden. Das ist Photoshop 2024. Sollte es bei dir noch nicht angezeigt werden, hast du hier oben die Möglichkeit, nach Updates zu suchen. Dann wird nochmal explizit geschaut, ob das Update für dich schon verfügbar ist und du kannst es über den Punkt Update ganz einfach installieren. Hier sind wir auch schon in Photoshop. Ihr seht es hier oben, Adobe Photoshop 2024, Version 25.0, jetzt quasi als offizielle Version verfügbar. Ich habe drei Fotos für euch vorbereitet, an denen ich euch gern die drei wesentlichsten Neuerungen, die es jetzt endlich auch, wie gesagt, in der normalen Version von Photoshop gibt, zeigen möchte. Nummer eins, generative Füllung. Ihr kennt das natürlich schon aus meinen Videos zur Beta-Version, beziehungsweise habt auch schon viele andere Videos dazu gesehen. Wichtig ist, wenn man eine Auswahl macht, und dazu gibt es auch ein eigenes Video von mir, dann sollte die Auswahl immer die Größe haben, in der ihr möchtet, dass das Objekt, das eingefügt wird, dann hier drinnen stehen kann. Ich möchte in diesem Fall, ihr seht hier unten die kontextbezogene Taskleiste. Wenn die nicht da ist, über den Menüpunkt Fenster, kontextbezogene Taskleiste, könnt ihr die jederzeit einblenden. Jetzt kann ich hier unten auf generative Füllung klicken und hier beispielsweise eingeben, ich hätte gerne ein weißes Pferd. Was wäre so eine wunderschöne Hochzeitsaufnahme ohne ein weißes Pferd im Abendlicht? Das Generierungsfenster schaut jetzt auch ein bisschen anders aus mit einem Tipp. Die ändern sich immer wieder und schon haben wir unser weißes Pferd hier. Jetzt möchte ich schauen, ob wir da noch irgendein anderes bekommen. Na, Reiter wollen wir keinen. Ihr könnt hier in den Eigenschaften erstens mal zwischen den einzelnen Varianten, die standardmäßig vorgeschlagen wurden, wählen. Zum Zweiten haben wir einen Papierkorb, um die Vorschläge, die ihr nicht benötigt, wegzulöschen. Was ich euch nur sehr empfehlen kann, denn jede dieser Varianten benötigt Speicherplatz am Ende in der Datei. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, das Ganze neu zu generieren. Hier oben, ich scrolle jetzt einfach in der Eigenschaftenpalette, nach oben steht mein aktueller Eintrag, weißes Pferd. Und wenn ich hier auf Generieren klicke, dann generiert er drei weitere Varianten. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen, solange eben bis euch das, was ihr gerne hättet, auch gut gefällt. Worauf ich euch bitte zu achten ist, dass ihr hier wirklich seht, das Ganze passt lichttechnisch, stimmungstechnisch wunderbar ins Bild. Und wenn wir uns dann für ein Pferd entschieden haben, es ist ja jetzt egal, ich nehme gleich das hier, das wir schon zu Beginn hatten, dann kann ich alle anderen entweder löschen, die mir nicht gefallen, oder ihr seht hier oben drei Punkte, wo ich das mit gut, wenig, das bedeutet jetzt in dem Fall schlecht, bezeichnen kann, oder melden, wenn es ein Ergebnis gibt, von dem ihr der Meinung seid, dass das in Photoshop nichts verloren hat, dann könntet ihr das auch entsprechend melden. Ich lösche aber jetzt alle anderen Varianten, außer der, die ich verwende, weg. Und dann habe ich die generative Füllung hier wunderbar eingesetzt. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, über diese kontextbezogene Taskleiste, wenn es mehrere Generieren-Varianten gibt, ich mache das jetzt nochmal, auch hier unten eins bis vier, in dem Fall vier Vorschläge, die anderen habe ich ja gelöscht, hier durchschalten könnt und sagen könnt, okay, ich möchte gleich direkt hier im Bild sehen, was mir gefällt. Das zu den Neuerungen, was die generative Füllung betrifft. Weiter geht's mit dem generativen Erweitern. Auch eine Funktion, die es in der Beta bereits gab, aber eben, wie gesagt, neu jetzt in Photoshop 2024. Das heißt, wenn ihr das Freistellen-Werkzeug hier aus der Werkzeugpalette auswählt, dann habt ihr hier oben die Möglichkeit, neben den Standardeinstellungen Hintergrund, wo dann einfach die Hintergrundfarbe sozusagen als Erweiterung dient, auch nach wie vor inhaltsbasierte Füllung einzustellen. Das gab es auch früher schon, aber jetzt eben, wie gesagt, neu hier das generative Erweitern. Mit diesem generativen Erweitern habe ich die Möglichkeit, jetzt mein Foto so zu verändern, wie ich es gerne größentechnisch hätte. Standardmäßig wird hier die Hintergrundfarbe angewandt, aber sobald ich mit Enter oder dem Haken bestätige, wird eben dieses generative Erweitern hier vollzogen. Und ihr werdet gleich sehen, dass das auch wunderbar funktioniert. Das heißt, wenn ihr Fotos habt, die ihr etwas zu eng beschnitten habt, dann könnt ihr die natürlich wunderbar erweitern. Und wie gesagt, das funktioniert toll. Eine neue Funktion in Photoshop hat auch das Entfernen-Werkzeug spendiert bekommen. Ihr kennt ja alle dieses Pflaster mit diesen Sternen, das neu hinzugekommen ist im Juni-Update. Und wenn man da bis jetzt Folgendes gemacht hat, nämlich mit einem relativ großen Pinsel einfach über alles drüber gemalt hat, was man gerne entfernen wollte, dann wurde das hier entsprechend weggenommen. Was jetzt hier neu ist, ist folgende Funktion und zwar, und die sorgt für etwas höhere Präzision in manchen Fällen. Ihr könnt jetzt einfach mit gedrückter Maustaste und einem, in dem Fall kleinen Pinselwerkzeug, um das Objekt herummalen, also sozusagen eine Outline machen. Je genauer, desto besser. Ich mache es jetzt hier natürlich nicht so genau, einfach aufgrund der Geschwindigkeit. Und sobald ich meinen Anfangspunkt erreicht habe und loslasse, wird die Fläche entsprechend gefüllt und dann entfernt. Aus meiner Erfahrung heraus, also das, was ich jetzt probiert habe, funktioniert das in ganz, ganz vielen Fällen viel besser. Das, wie gesagt, neu beim Entfernen-Werkzeug. Eine weitere Sache ist auch noch neu, die wirklich praktisch ist, und zwar folgende. Die kontextbezogene Taskleiste hat jetzt einige Neuerungen spendiert bekommen, vor allen Dingen, wenn man mit Masken arbeitet. Das heißt, wenn ich hier eine Maske angelegt habe, dann bekomme ich jetzt entsprechend die Möglichkeit von Maske subtrahieren zu Maske hinzufügen und eben weiche Kante für Maske, Dichte ändern, Maske ausblenden, Maskenansicht ändern. Also einige Ergänzungen, die es hier gegeben hat. Nur eine Kleinigkeit, die aber trotzdem erwähnt sein sollte. In den kommenden Wochen wird es natürlich auch zu diesen einzelnen Funktionen, jetzt wo sie neu sind, wieder ausführliche Videos geben. Ich werde mir anschauen, wie sich beispielsweise die Auflösung beim generativen Erweitern verändert beziehungsweise verbessert hat. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wie immer sehr freuen. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du jeden Montag mit weiteren Photoshop-Tutorials versorgt werden möchtest. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.